Servus, Yt, bei eurem SDEV-E, heute geht's los, der Geschaffensmunde in der Arsch, lieber Locker, vom Hocker, das Hektisch, der Hektisch, der Baby-Zieber-Teppich, nein, mach ich nicht, ich bin der Hektisch, der Herrschaft, der Herrschaft, will das Eideschild gewuseln und es geht direkt los. Und zwar müsst ihr jetzt töten mit allem, was ihr dabei habt, das heißt mit M320 Schild, Flashbang, Splittergranate, aber wie gesagt, ihr dürft, ne, nie wie gesagt, hab es nämlich noch nie gesagt, aber ich sag's jetzt, habt ihr mitgehört, habt ihr, habt ihr, habt ihr, ihr dürft nur im Einsatz, im Einnahme-Radius der Flagge, dürft ihr euch bekämpfen, außerhalb ist verboten. Das ist wildes Einsatzschild gewuseln und das geht jetzt los. Also ich hör's schon riechen, ähm, das wird echt bitter werden. Das wird echt bitter werden und ihr dürft, wenn ihr innerhalb der Flagge seid, natürlich auch Granaten nach außen werfen. Das ist das, das Geile, das sagen, hörst du? Ey! Boah, ich hör's getube schon, ich hör's getube, hammer. Was, haben wir alles abgeregelt? Wie los seid ihr denn? Also mal sorry, aber hey. Ey, lass mal alle zusammen auf A nochmal gehen, ja? Komm, alle zusammen. Gut. Geh' noch auf A. Du bist nicht im Einnahme-Bereich? Ja, du müsstest immer einhalten, das Ganze. LB? Er war nicht im Einnahme-Bereich. Ach nee, doch. Du musst aushalten. Du bist nicht im Einnahme-Bereich. Wo kommen die Granaten her? Ja, da guckst du, da willst du herkommen. Ich dachte, das wäre irgendein anderer gewesen. So, das wildes Einschild gewuselt, das ist ihm so lange her, wo ich das letzte Mal gemacht habe. Ey, das ist echt, das ist, das setzt schon, das hat schon Moos angesetzt, hat das quasi. Ey, der wartet hier. Rein! Also im Kreis jemanden töten mit einem Tuber ist eigentlich nicht möglich, oder? Direkt abschießen. Also ich würde sagen, komm, wir lassen das Knife jetzt mal weg. Nur Schild. Also, Knife lassen wir mal weg jetzt. Und Granate. Jawohl. Bam, so hat er es gesehen. Hammer. Ja, war geil. Warte. Ich bin's laut. Und ihr dürft durch die Granate treiben und dann dort reinrennen. Alter Schwede. Jetzt hab ich schon was gesagt, ja, oder? Nee, ich hab's ja auch schon immer. Na. So. Mal gucken. Ja, ich hab mich die ganze Zeit. Sie kommen. Sie kommen. Ey, ich will schon, ey, kein Knife. Ja, hab ich vergessen gerade. Alter, guck mal hier, drei Leute haben wir, drei Punkte haben wir übernommen, ey, starke Sache. Kommt da auf sie, oh, dort kommen sie. Ich durfte mich aber nie anpassen, hihi. Nein, sorry, sorry, warte, sorry, 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 sorry. Ja, Mann, dreifach Kill. Stark ist er, stark ist er, weißt? Jawohl. Oh, Arbeit eingenommen, Leute? Benutzt auch eure Flashbanks, um die Leute einfach mal voll zu flashen. Oh, oh. Ich steh, oh, ich steh mehr. Ach du Scheiße. Kaum saue ich irgendwas, alle hauen so Flash raus hier, ey. Hammer. Gibt's auch Team Flash? Ne, nein. Ja, hebt die Granaten auf und schweiß sie weiter. Ja, genau. Einfach aufheben und weiterschmeißen. Ja, ey. Weißen im Frühmodus. Ah, zack. Aha. Scheiße. Leute, PC? Kommt immer schön hin. Wunder, Herr, wunderschön. Das ist doch noch gut. Ihr müsst euch da durch, wenn ihr zum Flaggenpunkt rennt, müsst ihr euch mit dem Schild beschützen, ne? Sonst werdet ihr weggetubed. Mal ganz spontan. Ich sehe nicht, dass Steve erwischt. Ich sehe auch nicht. Wo, weggetubed. Alpha? Wir verlieren Alpha. Oh, ich war geflasht und ich habe mich gekillt. Ey, 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 ey. Drei, vier und zack. Du hast keine Granaten außerhalb der Flagge werfen. Zack. Näh. Zack. Oh, die lebende. Hilfe, ich brauche Hilfe bei A. Ich sehe nichts mehr. Meine Gegner aber auch nie. Loll, 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 loll. Was war denn das? Ich habe gerade drei Kills mit dem Totenkopf gemacht. Und jetzt noch einen. Ja, machen wir halt mal so. Alter, du siehst nichts mehr im Einnahmeradius. Nichts hast du mehr gesehen. Ohne Witz. So, alle Typen raus bei C, wenn die jetzt wieder kommen. Bam. Erster Hitmark. Bam. Jawohl, Double Kill. Habt ihr das gesehen? So wird das hier gemacht. So müsst ihr Wildes Eines Schild gewusselt spielen. Oh nein, tut mir leid. Ich wollte nichts werfen. Was, Charlie? Hammer. Der ist halt auf dem Feld. Aha. Zack. Oh, schön. Oh, Hilfe. Hilfe bei C. Ich habe was mit dem Flash reingehauen. Jetzt sehen sie es mal nicht mehr. Hier bei A, Leute. Guckt mal zum Domen. Die kommt gleich von dort. Schön. Wir haben C verloren, Leute. Los, A. Oh, sorry, ich habe gemessert. Wollte ich nicht. Sorry, Brokkie, LP. Ey, warum fighten wir hier schon mit dem Schild? Echt mal, ihr dürft es im Flaggenradius sein. Ja, das ist wildes Eintritt gewusselt. Das ist echt ein bisschen tricky. Aber, ihr könnt gerne noch ein paar hier Verbesserungsvorschläge senden in die Kommentare. Ist gern gesehen. Was war das in die Eurtex? Eee, da war ein Flugzeug. Da war ein Flugzeug. Okay, das ist eine plausible Ausrede. Ist okay. Jetzt. So, Atemstart. Bäm. Ja. Mit der Granate rein rein, das ist echt mies, ey. Wie immer noch mich erwischt, das ist doch scheiße. Oh, 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 oh. Das war ein bisschen früh hier, daher. Ich rede hier mal weg. Zack. Ja, das war deine Granate. Wenn ich das versuchen würde. Ja, Homie. Was, Flashbang? Idiot? Ey, Neotex, du musst drinnen sein und nicht aushalten, Mann. Genau, Neotex, du böser Mensch. Was? Ich habe alle gesehen. Zeigten alle mit dem Finger auf ihn. Okay. Der böse Mensch. So, jetzt haben wir zwei Flaggen nochmal zu CK'n, hä? Was meint ihr? Ja, komm. Ja, ich gehe mal zu CK'n. Hallo, die Kreisheit ist die Vialo. Hallo, Kuscheln. Ich habe den Tüber aus, ich habe das bereich benutzt. Böse, böse. Ja. Hallo. Was willst du dir? Duschen? Du bist duschen gehen. Warum das? Du bist dreckig oder was? Du bist kälter, ja. Du darfst nicht duschen. Okay, mach mal. Lass Kragen. Ähm, ja. Ja, mit dem... Böse Neotex. Oh, die kommt vom Dome, die kommt vom Dome, Leute. Vorsicht. Flashbang. Hier ist doch noch jemand. Flashbang. Flashbang. Ich sehe gar nicht mehr, ich sehe nur noch weiß. Du hättest uns Plünderer mich geben sollen. Oh, ich lebe ja noch. Weil, wenn wir... Ja, wenn wir alles verschossen haben, haben wir ja nichts mehr, wir müssen hier sterben. Na, oder ihr tut halt mit dem Schild kämpfen, ne? Ja, aber das ist langweilig. Oh, ich schlagweilig beim Schilder, äh, gewusel, mit Schild. Hier in your face, kommt ihr mal rein, in Flaggenratus. Was macht ihr? Hallo, in your face. Du musst jetzt, des Flaggenbereichs. Komm, wir machen die weg. Eieieiei, da muss man echt nochmal ne... ne Legende machen, wie das gespielt wird hier, das Ganze. Eieieiei. Ja. So, wir haben ein bisschen cheat'n hier. Ja, komm, bitte, bitte, wir machen die... Nein. Warte mal zu A. Zu A machen wir so. Ah ja, stimmt, sorry. Oh, danke. Und, 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 und? Au. Ah, fast. Comeback. Das war knapp. Warum muss die Granate explodieren in dem Moment, wo ich hinkomme? Oh Gott, die ganze Kolonne runter zu T. So, gleich geschafft, Leute. Gleich geschafft. Haut nochmal alles raus. Der coole Boy, nicht aus Schießen. Bams. Bams. Band, noch jemand. Alter, was geht ab? Alter, Finne. Wie kommt man nach 25 Kills? Können wir das nicht mal erklären? Ähm, ich hab siebenmal ein Schauer. Jawohl, gewonnen. Die haben geschummelt. So wird das Schuss. Unser Team hat gewonnen. Ja, die waren auch ein mehr. Immer noch, das kommt mit dem... Was, einer mehr? Ach, erzählt dann, nee. Ja, würde ich auch sagen. Ja, Ladies and Gentlemen, das war es mit wildem Einsatzschildgewusel. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Wenn nicht, dann Daumen hoch. Wenn ja, dann Daumen hoch. Und wirst du bescheid. Ähm. Die sind der Hautzleren. Bis nächstes Mal aus DPD. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ruppelt das Katzengetier. Ruppelt das Katzengetier. Vielen Dank.